Jan-Josef Liefers und Anna Los sind ein echtes Powerpaar. Beide sind erfolgreiche Schauspieler, führen seit mittlerweile schon 16 Jahren eine glückliche Ehe und haben zwei bezaubernde Töchter. Während jedoch viele Promis ihr Familienglück nur allzu gerne präsentieren, sind im Hause Liefers Los private Aufnahmen eine kleine Rarität. Den wohl intimsten Schnappschuss der beiden postet Anna Los zum gemeinsamen Hochzeitstag im August 2020. Mit rausgestreckter Zunge, roten Lippen und wenig Stoff am Körper grüßt die 49-Jährige an der Seite ihres Göttergatten aus dem Schlafzimmer. Jetzt gibt es wieder ein neues Pärchenfoto der beiden und das begeistert vor allem die Fans. Von der Sonne geküsst sitzen die TV-Stars in einem Straßencafé in Berlin und genießen ihre gemeinsame Zeit. So privat zeigt sich das Ehepaar selten. Zum Schnappschuss schreibt Anna, einfach ins Café setzen und die Sonne genießen, nachdem man die Kids zur Schule gebracht hat. Und fügt als Hashtag hinzu, das Leben ist schön. Und bei so viel Dolce Vita sind auch die Fans ganz aus dem Häuschen und kommentieren fleißig. Ein wirklich schönes Foto, genießt das Wetter miteinander. Super sympathisch und die Anna sieht gut aus. Na da können wir aber nur zustimmen. Die Schauspielerin wirkt in diesem Moment mit ihrem Liebsten ganz entspannt und glücklich.